Du bist ein Schubert. Also gründe eine Familie, damit ich endlich meine Enkel kriege. Ach, diese Leier wieder. Also wenn du so weitermachst, dann sorge ich noch auf meine alten Tage für Nachwuchs. Es reicht. Du bekommst deinen Enkel oder irgendein Balk. Schön wär's. Aber wie willst du bitte schöne Frau rumkriegen? Suche Frau? Hübsch. Gerne. Muss nicht hübsch. Aber auch hässlich ist irgendwie auch blöd. Zustand egal, ne? Sex ist erwünscht. Abwünscht ist vielleicht übertreibend, aber gehört dazu. Die Anzeige ist noch aktuell. Hallo, ich bin der Olaf. Okay. Mein Name ist Mandy. Wie viele Kinder möchtest du mal haben? Du hast ja auch so etwas Stutiges. Das finde ich gut. Wir beenden das jetzt besser. Du musst doch dein Tee bezahlen. Wie verbleiben wir denn jetzt? Ich spreche zeitnah eine Antwort von dir. Ich stehe in zweiter Reihe und die Paco läuft ab. Du kriegst nie eine Frau. Punkt. Wenn ich will, krieg ich sogar zwei. Doppelpunkt. Herein. Richtig schön. Haben Sie einen Freund? Nee, warum? Dann übernehme ich sie. Mit dem bist du wirklich zusammen? Ja. Ich verstehe irgendwie nicht so richtig, was du von dem willst. Er is irgendwie alles auf einmal. Aha. Egozentrisch. Wenn der Vati mal neben mir isst, bin ich ganz alleine. Ich muss doch auch mal an mich denken. Und fürsorglich. Kannst du mir das mal auf den Rücken machen? Na klar. Naiv. Ist das Rucola? Das sind Blumen. Habt ihr schon was? Wie ist ihr im Bett? Achso. Na, passt erst mal rein. Und klug. Das, was ich mache, das kann eben nur ich. Eins kann jeder. Und was machen Sie? Rezeptive Simulat. Also richtig mit Abschluss. Klar, ich war im Studium mit welchen im Bett. Aber das waren eben die alle Fachidioten. Und jetzt wolltest du einfach mal so einen richtigen Vollidioten. Beute! 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 Ich möchte nicht um deine Hand anhalten, sondern erst mal um deinen Körper. Wo ist denn jetzt Ihr Problem? Ich habe keine Arbeit und keine Wohnung und jetzt habe ich auch noch Diabetes. Ich, 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 ich habe doch ich. Schon wieder ich. Und da machen wir nächste Woche weiter. Okay? Danke.